ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder mit dabei seid hier bei der neuen folge medieval dynasty ja wachen heißt es erst mal zu machen der hahn begrüßt uns alles schön gänse schnatter nur die wissen dass wir keine einbrecher sind erst mal die steine weg die haben wir ja hauptsächlich drin schon mal gut das kommen wir eben nach kupfer hier machen ist so schwer ist das reichen damit zu den kupfer backen zumindest schon mal mädels ein paar ball ist schön hast du gemacht machen wir hier platz 43 überwachen sehr schön das läuft die hier rein ich glaube zehn zimmer ist halt nicht die welt da haben wir doch noch stein eingepackt jetzt mal im weg das stimmt von der ersten vor ich kann mich an nichts erinnern wer ist das scholz oder so wir kommen erst mal das aus dem esel ok 20 sparen noch mal Fünf machen. Können wir davon fünf machen. Die Frage, ob wir nicht auch Zinn kaufen, aber noch sieht es ja ganz okay aus hier. Wir haben hier Bronzebachen, wir haben Kupferbachen, mit dem anderen Kupfererz noch holen. Bronzebachen haben sie aber auch gut aufgebraucht. Wie gesagt, wir können Zinn kaufen. Was braucht der? Verwaltung. Okay, brauchen wahrscheinlich Kleinsamen. Okay, das reicht. Okay, dann haben wir jetzt hier. Dann packen wir in die Fischerhütte, in das Gänsehaus. Packen wir jemanden rein. Und zwar Ja, in den Weinestall packen wir jemanden rein. Einen Einen Drucken sortieren. Da fehlt mal nicht mal ein Fimber. Doch, den Fimber, ne. Rodomiel. Oder ist der was, glaube ich. Rodomiel ist Dings, Landwirt. Also dann haben wir noch Gänsehaus. Eselstall haben wir keinen. Und, ne, genau. Das Rest war Wasser, ne. Hier ist nämlich aber drin. In den Brunnen. In den Brunnen. Da hatten wir noch jemanden reingepackt. Äh, da waren Zweier drin, weiß ich noch. Landwirt. Und, ne. Und, ne. Und, ne. Und, ne. Oder sie... Ja, so. Ok. Ist das auch oben weg? Das Rest kann er machen. Wie gesagt, das wird nicht voll werden, das Feld. aber beim nächsten mal dann und so steine die felder sind schon fast durch er macht jetzt noch weiter okay so haben wir den leidensamen ist da den flachs so gut dann haben wir hier unten ja auch noch mal flachs glaube ich so mal gucken dass wir das wegnehmen da wobei jetzt können wir es lassen roten er hat schon schön gemacht hier ok ich hoffe wie es ihnen geht guck guck so nur das haben wir dann jetzt noch aber nichts doch kupfer das zwei steine und kupfer jetzt steine habe ich aufgehoben und die da rumlagen dann holen wir nochmal den kupfer hier raus so ok und dann einmal die Dung ist auch schon wieder gut das ist schön verbacken das ist gut das ist gut ich habe schon wieder zu viel na komm aber wohnen wir die kurze abwachen später machen wir nochmal hier das durch ne Die Bachen holen die sich ja sonst nurfalls raus. Ich hoffe, dass die sich mal vermehren hier. Da müssen wir noch bei den Küken auf jeden Fall. 41. 42. 40. 40. 42. 41. 43. 43. 42. 42. und drei das durch gut nach sehr zufrieden über eine er ist ein arm und zufrieden tierzucht wenn die jetzt zur jagd schicken dann geht sie mit jahren ich dann zufriedener ist noch mal beruf gucken so mutter herr wir haben ja welche hier die zwei stück die wir ganz gut sind mal gucken ob die jetzt zufrieden als jagdjäger dach da jetzt gezogen sehr schön das haben wir auch wir haben jetzt läuft es läuft jetzt ganz gut es läuft voran münzen essen haben wir nichts mehr sollten wir mal was trinken was essen die richtung bereits müssen ja da also noch essen da ist ich vermute schon einmal sind auch da gleich mit soße das muss man die hechte nehmen und die rotaugen rührei und kohl gibt es nicht schade die frage ab wann wir zwei hier zum kochen kriegen lehrling da können wir etwas essen momentar habe ich was geholt etwas sonst mal die fische machen da sitzen sie auch das schön wie sie sich hinsetzen und besprechen hier es war schön davon wenn sie sich oben hingesetzt hätten aber wie soll man das auch steuern und sich dahin setzen wo sie wollen machen wir eben hier noch die genau und dann komme ich hier einfach zu fischfilet machen die braten wir oben durch und dann wollen wir sie durchtrocknen gucken wir mal dann haben wir immer fisch ne ich weiß nicht ob das schmeckt getrocknetes fleisch kenne ich von das kriegt man ja meistens am empfangen würde ich schon sagen hier an an der kasse was macht er denn perfekt okay das ist gut ach wir sind schmutzig ich lass uns noch mal eben ausziehen hier ah richtig schmutzig sind wir ein stück weiter gehen ja wir sind jetzt auch überladen weil wir gerade die kleidung und auch die rucksäcke ausgezogen haben malzeit seid gegrüßt so was wollen wir jetzt machen naja genau das fleisch die fisch reinpacken ich meine da werden die auch zufrieden mit sein müssen wir ganz kurz die verwaltung gucken was wir alles an essbaren angeboten haben dass auch der fisch dann da mit drin ist das hier machen wir nach eingelagert kohl getrocknete fisch ja ne ein tag bratener fisch neuer fleisch nein war ich mit so sehr jahre also auch essen weizen wir hier den apfelwein danach mehr haben wir nicht gallich von mir aus wenn wir es mögen ein nicht mehr weil da gibt es jetzt dings für äpfel rote beete zwiebeln karotten das ist unser essen eine kohl auf wenn sie möchten sonst essen aber auch mit den eiern entweder es da oder es ist nicht da ne küchen sehr sehr cool es läuft ne ich weiß das bild hatte ich schon mal aber es ist ein schönes bild was ich schade finde dass die tiere sich nicht vermehren aber das wird bestimmt auch noch wenn die jetzt stufe 5 sind du stehst draußen ist meine dunkle sorge die so dass wir es gerade brauchen aber um doch die tür bitte schneller ja ich glaube die gänse machen keinen dumm ja die machen federn und eier ja das ist schön dass man es doof bauen kann wie man möchte dass die gebäude fertig sind ist gar nicht mal so schlimm im gegenteil finde ich dadurch dass man sie so individuell gestalten kann man kann jedes element selber gestalten und so weiter was haben wir jetzt erstmal reinkommen dann ist das hier drin hier noch dann haben wir die holzschale wir müssen schlafen gehen das läuft gut aber wir könnten gleich mal eine neue mission anfangen oder zumindest noch ein bisschen zeit ja dann mal nach links fahren und gucken was wir da an den morgenfrau an aufträgen machen können oder das ist richtig inventar mal gucken was wir hier mitnehmen können vielleicht haben wir auch werkzeug sehr viele jetzt mal gucken weil ich hier so was haben wir hier eine große mengen inventar gewicht weiß so angucken äpfelfleisch ok ich hoffe es ist auch nicht super viel lassen wir so vielleicht mit sauce rührei das ist irgendwie genau so die anzahl die man im lager haben sollte wir haben gegessen so was haben wir hier drin dünner brennholz können brennholzverleih aufbauen werden wir federn das ist auch nicht super viel ne war nicht super schwer mal mit nektier futter durchlassen tun auch felze lassen kupfer backen natürlich lassen holz bolzen lassen kupfer schaufeln mal gucken wieviel schaufeln haben wir denn kupfermesser ok jetzt haben wir eine bronzeschaufel und so aber gar keine schaufel wieviel bretter haben wir äxte bronzeschacken bronzeschämmer ich schon äxte so 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 Spitzhacke. Ich habe auch noch eine dabei. Auch mal so. Ich habe nur die kaputte bei so. Ich habe jetzt gut was mit Bär. Die muss er noch machen. Kupferhacke. Und da oben eine Bronzerhacke, ne? Bronzerhacke, ja. Wollen wir den Eisern mal überladen? Mal gucken. Also auf jeden Fall nicht überladen. Könnten sie erst mal, oder? Kupfermesser. Das ist ja meins. Gucken wir es mal in den Esel schon mal rein. Dafür haben wir ihn ja, ne? 90. Okay, jetzt kann ich noch ein bisschen vollladen. Und dann haben wir wirklich ganz gut Geld, glaube ich auch, ne? Gucken wir mal hier durch. Diese Bronze-Sachen. Kupfermesser. Was haben wir hier oben an Messern? Gar nichts, ne? Okay. Und das war die Kupfermesser drin. Ein paar Schaufeln auch. Also hier brauchen wir gar nicht so. Die würde ich mal vier lassen. Okay. Die kann auf jeden Fall weg, weil wir oben nichts anderen haben, ne? Wir müssen mal kurz gucken, ob wir nicht andere Messer machen können. Kupfer, Kupfer, Bronzewerkzeug. Messer? Ne, haben wir noch nicht gemacht. Okay, kostet 250. Das Messer haben wir noch nicht gemacht. Eine Schaufel auch nicht. Jetzt aber auch nicht so schön, wenn wir das lassen, oder? Damit. Gucken wir mal, wir gehen mal, wir fahren mal verkaufen. Wer reiten, besser gesagt. Bahn ist jetzt auch, ne? Ist ganz schwierig. Gut. Hier drüben will ich noch Tiere weiterhin machen. Die Schafe fehlen noch. Und Pferde weiß ich nicht. Ich lasse die schon schneller. Und glaube ich sogar als nächstes, ne? Die Pferde. Was ist das jetzt? Verwolle Thomas fehlt. Hühnerstelle, okay. Vielleicht können wir noch jemanden einstellen. Also in unser Dorf holen. Einstellen würde ja bedeuten, wir müssen bezahlen. Das wollen wir ja gar nicht. Das stimmt. Ah, schön diese Felder, ne? Hoffentlich sieht uns das auch bald so aus. Dieses Flax-Ding ist auch cool. Das kostet halt alles Geld, ne? Muss er jetzt verdienen. Das ist ja Werkzeug, was wir einfach nicht benötigen aktuell. Mal ganz kurz gucken. Haben wir noch Platz für... Einfaches Haus, doch da ist ja noch Platz, okay. Platz haben wir auf jeden Fall noch. Guten Tag, die Dame. Wie geht's dir? Mein Beilat, entschuldige, ist mir... Haltung, ich trauere, okay. Nicht wirklich, aber ich fühle mich, als wäre das... Wie wäre sie das gewesen? Wer war sie? Mein rostbarer Weinflasche. Ich kann mir immer noch nicht verzeihen, dass ich sie fallen gelassen habe. War noch so jung, mein Beileid. Okay, zeig mal deine Ware. So, dann gucken wir mal jetzt hier. Wir haben ja ein bisschen was geholt. Kupfermesser. Kupferhacken. Kupferschaufeln. Mehr Geld hat sie nicht, okay. Ich würde gerne meine Schaufeln bei dir loswerden. Ja. Bis jetzt. Ich habe halt kein Geld mehr. So, wenn sie schaufeln haben. Ja, oder? Okay. Probier mal. So, dann gucke ich nochmal hier. Ich habe ja hier noch einiges drin. noch ein bisschen Geld. Ähm... Bronze-Axte. Was habe ich denn für eine Axt? Kupfer-Axt, okay. Zwei kann sie noch, okay. Dann ist sie Pleite. Zeig mir deine Ware. Äh, Bronze-Axt. Aber, äh, ich muss mal gucken, ob der, vielleicht ist der da hinten sogar Ärzte. Das wäre gut. Zeig mir deine Ware. So, die Bronze-Axt nicht mehr. Äh, Bronze-Hacken. Ich würde dir Zinn abnehmen. Bronze-Bachen. Bronze-Bachen. Jetzt Eisenerz. Eisen können wir auch. Hast du keinen Bronze? Hast du nur Eisen? Ach doch, Bronze hier. Und das andere ist Zinn, was ich meine. Das kauft wir auf jeden Fall. So, jetzt muss ich gucken, dass du was los wirst. Bronze-Hacke. Ich hoffe, dass der Nagel noch kommt. Zinn-Bachen können wir sonst auch noch kaufen. Okay, dann müssten wir hier. Dann legen wir das kurz raus. So, hier. Nee. Da, das, F, B. Was macht der denn? Achso, wir wollen ja weglegen. Ja, Inventar, so. Zack. Muss ja X, E, F. Okay. So. Und dann kann ich nämlich hier sagen. Der ist gerade so. Ich mache den ganzen Markt hier kaputt, glaube ich. Dann machen wir erst die Federn weg. Dann gucken wir mal hier. Hier ist meine. So, das. Hammer, Hammer, noch. Auch nichts mehr, ne? Der hat noch was, aber. Die ist auch zu teuer. Die ist auch. Der Messer, Kupfermesser. Na, Chefin? Nein, wacke weg. So. Kaufst du, und jetzt auch kein Geld mehr. Habe ich bei dir angefangen ist? Ich glaube, ich glaube, ja. Das heißt, wir haben 6.800. Ich kann jetzt schon was dafür kaufen, ne? Und ich habe sogar Zinn eingekauft, ne? Das ist gut. Das heißt, wir können mit dem Werkzeug uns jetzt richtig schön Geld verdienen. Ich gucke mal ganz kurz hier zum Chef hoch, ob er da ist. Ich habe mal gehört, man kann aus der Truhe eventuell wieder was rausnehmen. Hier die trockene Feigen. Bärenstein-Figur, okay. Schmuck-Schatulle. Guck mal, ist doch nicht mal stehlen. Ich komme. Okay, jetzt haben wir ein bisschen... Uh, lass mich doch mal durch. Hast du auch noch... Ne, du hast kein Geld. Ich habe die Marktbreite gemacht. Ach, die anderen kann ich auch noch hier. Vorsicht. Ich habe das Gefühl, ich war auch noch nicht überall. Was sind mit ihr hier? Haben wir die schon gemacht? Ja, auch noch. Jetzt sieht man am Geld, dass die nichts hat, ne? Ach, die räumt nur auf. Das ist auch nichts mehr, okay. Reiten, okay. So, dann gucken wir mal, ob wir noch... Boah, wir gucken nicht mehr. Wir haben 35 Minuten. Wir gehen in die nächste Folge über. Den Markt leergekauft, würde ich das einfach mal nennen. Und, äh... Ne, nicht leergekauft. Den Markt pleite gemacht. Von daher, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Tschüss.